So überprüfen Sie die Einstellung Drucker offline verwenden unter Windows 10. Dieses Video zeigt, wie Sie die Einstellung Drucker offline verwenden unter Windows 10 überprüfen, um sicherzustellen, dass die Druckerwarteschlange nicht so eingestellt ist, dass sie offline druckt oder angehalten ist. Wenn Sie eine Drucker-Offline-Meldung erhalten, ist die Druckerwarteschlange möglicherweise so eingestellt, dass sie offline druckt oder angehalten wurde. Tippen Sie in der Suchleiste Drucker ein. Klicken Sie in der Ergebnisliste auf Drucker und Scanner. Klicken Sie auf Ihren Drucker und dann auf Warteschlange öffnen. Klicken Sie auf Drucker. Entfernen Sie alle Häkchen neben den Optionen Druck anhalten und Drucker offline verwenden. Sie haben jetzt die Einstellung Drucker offline verwenden für Ihren Drucker deaktiviert und Ihr Drucker sollte normal drucken, ohne dass ein Drucker-Offline-Fehler auftritt. Klicken Sie auf die Registerkarte mit den Playlists in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos. Ich schaff es gleich noch nicht unbedingtire用. Sichza und Karte. Schaff es sich in unseren parecem Ciao zu halten. guti. Tschüss. pour el Sub indo by